Helene Fischer überrascht ihre Fans in München mit einem Dirndl-Auftritt während ihrer Rauschtour. Die Aktion kommt bei den Zuschauern und auch auf Instagram sehr gut an. Helene Fischer. Sie tauscht ihr Tour-Outfit in München gegen ein Dirndl aus. Da haben die Fans nicht schlecht geguckt. Helene Fischer, 39, ist in den letzten Zügen ihrer Rauschtournee und machte die letzten Tage in München halt. In der bayerischen Hauptstadt sorgte sie für eine große Überraschung, denn für wenige Momente tauschte sie ihr Bühnenoutfit gegen ein traditionelles Dirndl. Mit einem breiten Lächeln sagte sie ins Mikrofon. Servus Minga, wir haben uns gedacht, es ist Wiesnzeit, haben gerade Glück, zu der Zeit hier zu sein. Warum ziehen wir uns nicht auch passend an? Natürlich wollte Helene diesen Anblick den Fans, die nicht vor Ort waren, nicht verwehren. So postete sie auch auf Instagram ein kleines Ständchen mit ihrer Crew, allesamt im Trachten-Look. Ihren Mega-Hit Atemlos haben Helene und ihr Team kurzerhand umgetextet, so sangen sie. Atemlos durch die Nacht, bis die Lederhose kracht. Eine Aktion, die bei den Fans sehr gut ankam. Helene Fischer. Die Fans rasten aus. Helene Fischer hat wieder einmal bewiesen, dass sie genau weiß, worauf ihre Fans stehen. Ihr Dirndl-Auftritt in München kam nicht nur bei den Fans vor Ort an, sondern auch ihre Instagram-Community zeigte sich begeistert. Von dieser spontanen Aktion der Sängerin. Unter ihrem Social-Media-Beitrag sammelten sich unzählige Likes und positive Kommentare, wie beispielsweise Liebe alles daran. Mega-Aktion von euch. Was eine originelle Idee. Ich liebe euch dafür. Beste Crew. Liebe wir. Damit hat Helene wohl mal wieder mit ihrer Idee ins Schwarze getroffen. Ob sich Helene vielleicht auch noch etwas Besonderes für ihr Tourfinale einfallen lässt. Bleibt abzuwarten. Dieses steigt am 8. Oktober in der Festhalle in Frankfurt.